Ich hab die Wahrheit über Fizzi erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da seh ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boah, guck dir das an, sag ich. Und geh rüber und seh ein bisschen mehr kurz. In dem Moment kommt Fizzi aus dem Papp geschlossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Ich hab's geschmelt in den armen alten Fizzi. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Und ich kann nicht sein. Der Typ ist glatt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto. Und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Er war wie ein verdammter Leprechon-Kobold angezogen.